Der erste Schritt ist getan, du hast den Narzissten erkannt und seine Psychotricks aufgedeckt. Doch was jetzt? Vorsicht! Wenn du ihn jetzt konfrontierst, kann das richtig übel für dich ausgehen. Ich weiß noch nicht, ich spreche, mein Name ist Immanuel Albert, Date-Doktor Immanuel, seit Jahren coache ich Beziehungen, auch toxische Beziehungen mit einem ganzen Team von Coaches und Psychologen und wir dürfen teilweise täglich am Telefon unseren Coachings erleben, wie schlimm es ist, in toxischen Beziehungen zu hängen, vor allen Dingen mit Narzissten und manche denken, ich sag's ihm einfach mal, hey, du bist einer und haben, keine Ahnung, was sie von dem Regen in die Traufe kommen. Damit dir das nicht passiert, dieses Video hier, ich werde ganz kurz reingehen, was sind so diese Psychotricks, die er teilweise drauf hat, was sind seine schlimmen Verhaltensweisen und dann, was passiert, wenn du ihn konfrontierst und am Ende, was du stattdessen unbedingt tun solltest, damit das dir nicht passiert und du das besser hinkriegst. Ich hoffe, ich habe deine volle Aufmerksamkeit und dich bis zum Ende dabei. Übrigens, wie immer, support das Video gerne mit einem Like, auch um andere zu warnen, weiß ich, wie wir stehen, Kanal abonnieren, Blog aktivieren. Du willst kein Know-how in diesem Bereich verpassen, gerade wenn du selbst von so jemandem betroffen bist. Was sind die Sachen, an denen du die Narzissten wahrscheinlich vielleicht erkannt hast? Erstens, manche Leute haben schon so eine Vorahnung, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der einfach so ein doppeltes Spielchen spielt, der eine manipulative Seite in sich hat, der nicht ganz korrekt ist. Viele, erlebe ich häufig, auch wenn ich mit ihnen spreche, haben das irgendwie beim Kennenlernen schon so ein kleines bisschen geahnt. Trotzdem nochmal hier auch die ganz typischen lauten Verhaltensweisen, wie einem auffallen, wenn man sich mit diesen Jungs, Mädels besser auskennt. Vorneweg natürlich Lovebombing. Kein Kompliment war groß genug, um dir zu geben. Vor allen Dingen in Momenten, Achtung, in denen etwas komisch war, als Make-up, wo er dachte, er verliert deine Aufmerksamkeit, oder wo du ihn mit etwas konfrontiert hast. Nicht selten kommt genau dann das Lovebombing, kommen dann die Komplimente, kommen dann auch so relativ krasse Sachen. Also manchmal sind das richtig laute Worte, wie, oh mein Gott, wenn ich dich sehe, in deinen Augen spiegeln sich unsere ungeborenen Kinder wieder. So krass, boom, du denkst so, wow. So, aber auch die ganz harten Indirekten. Eben noch ein Problem gehabt, eben noch was, hast ihm was vorgeworfen, war was nicht in Ordnung. Im nächsten Moment so, boah, weißt du eigentlich, das merkst du manchmal gar nicht, ne? Du so, äh, was, was? Wie happy ich bin, dass ich dir begegnet bin. Ich weiß, das kommt jetzt gerade nicht bei dir an, aber ich wollte es dir kurz sagen. Boom, Lovebombing, volle emotionale Kanone, boff. Und du denkst auch so, das passt nicht zu dem, was wir gerade hatten. Das passt nicht. Und schon kommt Nummer zwei. Hast du dich geöffnet? Bist du mal da? Hast du dir extra Zeit genommen? Hast du deiner Familie, deinen Freunden abgesagt? Für ihn fällt das Interesse. Plötzlich ist irgendein Projekt wichtiger, sein Handy wichtiger, ein Spiel wichtiger, aber noch ganz wichtig, ganz dringend irgendwelche Munitionen hochladen muss, weil das nur jetzt geht. Und du denkst dir so, warum? Warum ist er schon wieder weggebrochen? Wohin ist er weggebrochen? Dinge, die man nur versteht, wenn man sich mit der narzisstischen Persönlichkeit tief auseinandersetzt. Nächster Punkt, er kann dann auch plötzlich ganz kalt und abweisend sein. Das, was er selbst nicht verträgt, das teilt er aus. Er hat sowas wie zwei Rechtssysteme, zwei Verhaltenskodizes. Das heißt, er darf jetzt, wo irgendwas nicht stimmt für ihn, wo er nicht gekriegt hat, was er sich gewünscht hat, wo er die beleidigte Leberwurst ist, weil du nicht aufmerksam genug warst oder weil du seinen Freund genauso nett begrüßt hast wie ihn oder weil du irgendeinen Kollegen erwähnt hast, auf den Eifersicht ist. Plötzlich schneidet er dich und ist beleidigt. Kurz, du spürst die volle Kälte, die volle erzieherische Kälte, wenn es darum geht, dass er dir was abgewöhnen will oder dass er ein Verhalten von dir abgewöhnen würde. Er würde ja nie zugeben oder nur sagen, ich möchte es halt nicht unterstützen. Dabei kann er übrigens auch ganz schön gemein werden. Er kann laut werden und Verantwortung zu dir schieben. Es ist deine Verantwortung, wenn ich bei deinen Eltern schlecht aufgefallen bin. Du hast mich nicht gewarnt. Die mögen mich nicht. Er kann sehr unangenehm werden. Und jetzt kommt der Nächste, der ganz, ganz fies ist, auf den wir immer achten müssen. Er isoliert dich gerne. Komisch, dass deine ganzen liebgewonnenen Kollegen, Freunde, Familie immer mal wieder einen von ihm auf den Deckel kriegen. Natürlich nie, wenn sie da sind, sondern immer hinten rum. Deine Eltern sind aber manchmal auch ein bisschen kühl zu dir. Komisch, ich glaube, die sehen gar nicht sein ganzes Potenzial. Und deswegen wirst du aufgeladen, deine Eltern aus dem Weg zu gehen. Ja, deine Kollegen, die haben es ja nötig, die hängen sich halt an dich dran. Du bist ja der Strahlende. Die sind ja quasi eher so Dreingaben neben dir. Und wenn du da nicht aufpasst, bist du schon isoliert und wurdest isoliert. Das ist für mich einer der schlimmsten Punkte. Und deswegen Achtung, ganz wichtig, hol dir auch, ganz wichtig, hol dir in den anderen Videos, die ich hier in meinem Kanal habe. Es lohnt sich, die verschiedenen Ausprägungen der Narzissten, woran du sie erkennst, was sie teilweise haben, weil manche sind auch ein bisschen unterschiedlich und du denkst noch, der war aber doch so ein Helfertyp. Ja, es gibt den verdeckten Narzissten, der nach außen hilft, während er hinten voll sein Spielchen durchzieht. Jetzt, was passiert, wenn du den Narzissten damit konfrontierst, dass du es durchschaut hast, dass du denkst, dass er narzisstisch sein kann? Nummer eins, wenn wir Glück haben, ist einfach nur Harnlos. Er streitet alles ab. Ach Quatsch, ach Blödsinn. Du hast hier diese ganzen Medien reingezogen. Mich nervt das auch schon über diese ganzen Videos. Huch, warum es die wohl alle gibt? Ja, nein, das kann nicht sein. Eine Etage schwerer ist schon. Er dreht es um. Was? Du? Ganz unter uns. Also du wirst mir vor, dass ich narzisstisch bin. Weißt du, worauf das hier hinausläuft, wenn das so anfängt oder sie so anfängt? Gaslighting. Jetzt wird alles umgedreht. Du hast das Problem. Angenommen, du wirst ihn damit konfrontieren. Du sagst, ich mit dir zusammen bin, habe ich irgendwie vernachlässigte Familie, Freunde und Kollegen. Dann würde er sich nicht schämen zu sagen, du weißt du was? Also diese Freunde und Familie und Kollegen, die du dir gerade genannt hast. Also ich würde mich freuen, wenn die ein bisschen aus deinem Leben raus sind, weil die dir wirklich nicht gut tun. Also er macht noch einen drauf, dass das richtig ist. Er setzt noch einen oben drauf. Gaslighting, ganz fies. Was ist das Schwierige? Wenn du Pech hast und er ahnt, dass du das erkannt hast, wird er dich nicht einmal gaslighten. Er wird das immer wieder tun. Teilweise wird er, wenn er richtig gut ist, sein volles Manipulationstalent anwenden, um Achtung in die Opferrolle zu fallen und gerne mal seine Freunde, seine Kollegen, seine Familie gegen dich zu wenden. Wenn er es kann, macht er es sogar mit deinen Leuten. Eine Szene als Beispiel, ihr seid mit gemeinsamen Freunden unterwegs, dir fällt was runter und dann kommt so ein Spruch wie Tja, also bei Himmel ist sie schon ein bisschen tollpatschig. Also ich habe ja gesagt, ich kann den Salat tragen, aber ich darf ja nicht helfen. Was da alles auf einmal drin ist, glaubst du gar nicht. Er macht sich zum Helfer, der nicht helfen darf. Warum? Weil du so böse bist, während du eigentlich tollpatschig bist und gerade den Salat hast fallen lassen. Später beim Essen wird er sagen, na gut, dann mal sehen, was ich jetzt essen kann, weil ich hatte mich auf den Salat schon ein bisschen gefreut. Oder er wird sogar, wenn er richtig fies ist, zu jemand anderem sagen, ich weiß, da würde jetzt gut Salat dazu passen, gibt es halt heute nicht. Aber hey, wir sind ja tolerant, wir stehen drüber. Jetzt, wie fies das war. Er hat quasi dem anderen nochmal daran erinnert, dass du den Salat ihm quasi kaputt gemacht hast. Aber damit er nicht als Bösewicht dasteht, hat er es anschließend eingefangen und gesagt, hey, aber da stehen wir drüber. Wir stehen ja drüber. Wir haben ja noch genug. Bullshit. Wenn er wirklich drüber gestanden wäre, hätte er es nicht gesagt oder hätte längst für Ersatz gesorgt oder hätte einfach so getan, als ob es nicht gewesen wäre oder vielleicht noch ein bisschen was von dem Salat gerettet. Aber solche Nummern, das zu erwähnen vor Freunden, Familie etc. ist ganz linke Tour. Aber es kann noch schlimmer kommen, denn der Narzisst hat, denn die narzisstische Persönlichkeit hat Ausdauer. Sie hat dich jetzt auf dem Kika. Ja, du bist damit in einer narzisstischen, du bist damit in einer Gefahrenzone und es kann auch zu narzisstischer Wut kommen. Er kann völlig unkontrolliert losschreien auch vor anderen. Ich kann das nicht mehr oder auch sich vor deinen Eltern oder deinen Kollegen mal auskotzen, wie schlimm es in deiner Gegenwart ist, wie unangenehm du bist. Und das tut er jetzt plötzlich, weil irgendeine Kleinigkeit woanders passiert. Und während du dich noch wunderst, wieso schimpft er jetzt gerade um mich? Meine Freunde und meine Eltern werden das ja schon verstehen. Und hier dieser Trigger, wie kann das sein? Nein, du bist ja dort, wo er hart schießt. Nicht selten brechen dann Menschen ein und wollen Frieden. Achte darauf, wie das bei dir aussieht. Und sie wollen dann mit der Person Frieden haben und gehen hin und sagen, hey, sorry, es tut mir echt leid. Ich hatte so eine Situation mit einem Kollegen. Ich hatte dummerweise ihm einmal gespiegelt, dass ich durchaus durchschaue, wie er so vorgeht. Ab dem Moment, das war mir gar nicht bewusst, war ich für ihn Staatsfeind Nummer eins. Und es war das Wichtigste, das Allerwichtigste, mich Stück für Stück langsam im Team schlecht zu machen, bis er mich raus hatte. Und als ich später wieder eingeladen worden bin, hat er schon den Verantwortlichen gesagt, alles okay, aber auf gar keinen Fall darf der wieder dazukommen. Während er selbst das große Opfer langgespielt hat, was für alle natürlich zehnmal so viel machen muss und wie hart er daran zu tragen hatte, war in Wirklichkeit alles fake. Es ging nur darum, die Kontrolle zu behalten und alles schön im Griff zu haben und dabei auf keinen Fall erwischt und durchschaut zu werden. Und so ist das auch mit dem Partner. Der macht in seiner narzisstischen Wut eventuell alles kaputt. Eventuell deinen Ruf. Wenn wir Pech haben, natürlich die Beziehung. Sowas wie, wir können es ja hinkriegen, können mal probieren, da willst du mal zum Therapeuten gehen. Bop, 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 bop. Du musst zum Therapeuten, spinnst du? Und wenn wir Pech haben, geht es noch eins weiter. Und das ist das, wovor ich dich bewahren möchte. Und auch andere, deswegen teile das Video, wenn du denkst, dass das der Fall ist bei Beziehungen, die du kennst. Deine Psyche wird kaputt gemacht. Weil natürlich du mit diesem Wechsel von kalt und nah und zwischendurch wieder die Messer narzisstischen, du völlig überfordert bist. Nicht nur das, sondern du wirklich einfach verbluten kannst. Und deswegen, light dieses Video unbedingt weiter an Menschen, von denen du denkst, dass du ihnen damit helfen würdest. Unbedingt like, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, um das zu unterstützen und auch für dich nicht zu verpassen in diesem Bereich. Ich möchte dir, das habe ich dir versprochen, Dinge an die Hand geben, die du stattdessen tun kannst. Was ganz wichtig ist, womit Narzissten nie rechnen ist, wenn du das erstmal für dich behältst und es weißt, Wissen ist der erste Schritt. Und es eben nicht ihm teilst, sondern einfach mal ein bisschen genauer wahrnimmst, wann er seine Sachen mit dir abzieht. Manipulation, Isolation etc. Wir hatten die Punkte oben. Zweitens, nimm jemand, der wirklich weit weg von ihm ist. Lass dich unterstützen. Hol dir Hilfe. Du kannst gerne auch zu uns ins Coaching kommen. Nicht selten, aber den Fall. Und helfen dir und zeigen dir teilweise noch Sachen, die du noch gar nicht gesehen hast. und können dir auch schon mal helfen, wie du teilweise diesen Tretminen, die er dort eingebaut hat, wie du nicht drauf trittst oder wie du nicht in die Fettnäpfchen trittst, mit denen er dich gerne aufzieht. Da gibt es Varianten, die sind von Fall zu Fall verschieden. Wir helfen dir gerne im Coaching. Bitte, hol dir Unterstützung. Nächster Punkt. Sammel diese Sachen. Sammel sie, weil man vergisst sie so schnell. Man denkt immer, man merkt sich das. Man merkt es sich nicht. Achte auch darauf, wenn du in deinem Bekanntenkreis Freunde hast, die gegen seine oder, falls ein Mann wisst, ihre oder wie auch immer, Manipulation immun ist. Achte darauf, wie die das machen. Wie sie teilweise einfach gar nicht reagieren bei einer Kritik. Und halte dich ein bisschen an die, ohne dass es so auffällig wird. Und frage sie auch manchmal sowas wie, wie gelingt es dir eigentlich so cool zu bleiben in solchen Momenten? Oder du hast eben gar nicht reagiert oder du hast über die Witze gar nicht gelacht. Und dann kommt raus wieder und der Bekannte sagt, die Witze fand ich nicht witzig, weil die waren alle auf Kosten von seinem armen Kollegen, über den er immer herzieht. Ah ja, stimmt, richtig. Der lästert ja auch immer so komisch über seine eigenen Kollegen, um sich besser darzustellen. Sammel diese Sachen. Du musst wissen, es haben vor dir schon viele geschafft, da rauszukommen. Es gibt einen ganzen Ratgeber von mir. Toxischer Partner, narzisstischer Partner. Loslassen. Findest du auf der Webseite www.drmalen.de Ratgeber. Du musst die Beziehung noch nicht beenden. Du musst allerdings wissen, je länger du mit jemandem zusammen bist, der dir nicht gut tut, desto schwieriger wird es, weil sich deine Psyche langsam verbiegt. Und zwar in eine Richtung, die eigentlich nicht gesund ist und wehtut. Und es wäre schön, wenn sie sich wieder entspannen könnte und wieder in ihre Stärke kommen würde. Nichts anderes wünsche ich dir von ganzem Herzen. Teil auch gerne in den Kommentaren die Sachen, die dir noch passiert sind, die ich gar nicht erwähnt habe. Während du dich schützt, schützt du nämlich auch andere. Alles Gute.